4, 3, 2, 1, los, Ratsverfestival! R4 schaltet hier. Herbstes Gehörungszeit gehen auf hier von den Grünen. Ich würde mich nicht aufschauen. Kein Wiener R8 schaltet. Chao. Musik 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 Geil! 2,08, 5,10, 1,10, 1,10, Sieger, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 2, 1,10, 1,10, 2, da fliegen die Blätter, das war Robin Schwinn, von Teferdorf, Herbach, Robin Schwinn, Lieferdorf, Herbach, und der Sieger, in diesem Schmährennen, auf Platz 1, Munger Janis Gertzinski, von RV Victoria 05, Wigelfeld, also 2,10, 2,10, 2,10, 3,10. Gerne. Alles ist mal so hingestellt. Musik 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 Also die Genioren sollten die entscheiden, dass sie verziehen lassen und in der vorne wird dann ein, die die Genioren freigeschicken, liegt deshalb auch oben auf den Siegertreppchen mitweilen.